nicht kochen ja komm ich koche ganz gerne wie schwer ist denn das kochen hier alter das ist easy game ja für euch vielleicht aber nicht für mich wie kann man hier beim kochen Junge du kannst doch auch nochmal kochen dann kannst du es doch aussuchen ja das kann ich ja aber ich check immer noch das noch nicht aber wenn du normal kommst fliegt der Herd nicht in die Luft wenn du da reinpackst ich mag die Mission an sich nicht ich weiß nicht also sagen wir mal so ich hab da genau ein einziges Mal muss ich dir echt sagen wir haben das Knoge-Event gerade gemacht und dann kam von hinten aufs Bett die Spinne und haben es alle gewandelt ja mich hat die Spinne da einfach mal ja aber die haben uns die Spinne kommt ja von hinten nach vorne das war so schlimm du stehst hier und auf einmal bist du tot hier kommt ja direkt die Spinne das war so enttäuschend kannst du auf die Spinne draufschießen nein die Spinne ist unverwundbar die macht nicht wollen die Spinne ist unverwundbar wenn du greif dich einmal an du bist direkt instant down also dann hast du ein Problem also am Anfang ging das auf jeden Fall als man aufs Gesicht geschossen hat auf dem Kopfbereich dann ist er weggegangen aber du kannst diesen Heiß in sich gut beenden wenn du die ganze Zeit in irgendeiner Form oben bleibst ja und eigentlich nur für die Vorstellungen runter gehst ich würde mir das nicht vorstellen auf Deathwish ach komm auf Deathwish musst du ja nicht mal das Tokio Event machen aber General McBaddis hat das ja auf Deathwish gespielt da muss man echt sagen wow bei Pod Option wow was auch ein Traum ist wenn du auf den Rand von den Kissen da fällst das ist mir schon passiert das ist ne weißt du mir immer passiert ist ich jump von ganz oben runter und bin auf den Dozer drauf gejumpt war dann halt direkt tot boah ich abgekotzt ey was das erste ich hab's noch nicht mitbekommen boah die Sniper hier ja wir müssen ja kurz einmal zuhören richtig M.O.? ja gut M.O ja warte ich mal ich hab's noch mal schon wir sind aber schon mit dem ersten durch nice ey lass meine Taschen in Ruhe hu du du wiii leu ja ich bin tot irgendwas hat mich runter gepusht ja mich hat ein Shield runter gepusht wow warte und die ist da hey ich mach's schon ich komm schon ich komm schon aber du hast ihn auch in 2 ok ja ich hab letztendlich auch gelabelt ich hab die ganzen Taschen ich hab die ganzen Taschen man muss auf die Beine schießen sag mal also zumindest haben sie das bei Jordan McWeather so ein Video gemacht pfff ich hab noch einer ich hab noch einer Alex hat die alter ich krieg gar nix mehr geschissen ich komm aber nicht nach oben eh äh das war hier oder ja ja ah komm eins eins oh Gott komm jetzt ich will einmal meinen Skill shot und schief mir das jetzt wiederholen hier easy eins oh alter fang hier ich mach das schon kriegst du nicht hin ich krieg das nicht hin na das äh da zu treffen ach so mach mal denn das Cloak Event oder das und was natürlich ok was denkst du wenn du das 10 Stunden lang durchhältst was denkst du wieviel Experience du kriegst durchführen ne Menge ich hoffe mal genügen dass ich Famous 15 heute werde aber hab ich ja schon die Hälfte durch ah you can thank me later weißt du was ich auch schon mal in der Mission hatte da hab ich so abgekotzt das war ich hab äh einmal im U reingehauen dann ist das einfach durch das Glas durch da sind ja schon die Katschen ja gut halt oh hier ist die Snyder ja fang ich bin tot ich bin tot ja komm wo komm alter YOLO LOL wie sehr hab ich die gerade weggefickt alle bei tot einfach drauf gesprayt und den hat's ja mal einfach nur weg gehauen what the fuck hm mein Vorteil hat ach da oben warte ich komme ich komme 25% Dutch Shots aber aber die Sache ist ja immerhin wenn jene Geisel nimmt die können die ja nicht durchführen jetzt ist das gut ja Dankeschön ja kein Ding da unten ist wieder so ein Spezial-Doser mir ist auch der Caustic Soda ja gut dann komm ich mal den ersten rein und guck mal ob das ganze so in den Luft fliegt oh nein oh ich bin grad fast aufm Cop gelandet oh sch äh der Cloaker lebt noch ich hab die blauen Taschen Caustic Soda hab ich äh Cloaker äh Cloaker der Cloaker lebt noch just saying naja march also der prügelt dich auf mich ein hi hi oh jo hi oh pass mal auf oh Gott easy kann hier nicht aufstehen wie ich kann hier nicht aufstehen oh wie ich hier nicht aufstehen kann alles klar alles klar boah mein ey nein und nicht jetzt Taser alter man ich hab Caustic Soda fällt mir grad mal auf komm her damit jetzt nicht ernsthaft boah bin ich scheiße zu dumm zum geradeaus laufen wie so ein besoffener einfach runkelrad und runtergefallen wow aber ich muss mich jetzt einmal halten ich bin grad grau gewählt weißt du von dreimal tot bin ich zweimal runtergefallen Mann was passiert bei diesem heiß ganz gerne mal ja boah ich hab immer noch keine Ahnung wie ich Grammatik Theorie bestimmen soll ach wenn nicht hilf ich helf dir einfach easy jetzt einfach schnell so so ist drinnen komm wir ins Muriatic Acid das wär doch schön aber weißt du was der Vorteil ist hä wieso hast du das achso hier ja ich mein das bringt das ist hier einfach nur dann können wir im Neufall schnell abhauen weißt du was ich cool finde leu achso pullst euch da um das ist saucool weißt du beim normalen Cook of okay ist da Joker er ist da ja normalerweise braucht der Typ EWIGGETEN damit er überhaupt kommt ja dann macht mir total Angst ach der will nur spielen dann trust me trust me i'm a engineer naja trust me i'm a engineer ich hab Madcat hier hingelegt oh ja oh ich hasse ah war der Cyber wieder da oh hab ihn das schrecklichste was hier passieren kann ist wenn die Schilder dich aus dem Ring drücken ist das hier schon passiert ja ist es dann vorbei eigentlich dann ist es vorbei ach du scheiße ah wir sind zum Glück bisher nur durch DOSER gestorben nein oh das war knapp hier ist Charney oh wow Dex Dex DELX Dex ja gut du bist tot oh das Problem ist leer das ich nicht glauben da hast du es nicht zu heilen Ja hab ich schon. Oh jetzt guck mal wie er schon abgeht. Okay. Wir immer noch weiter ab Wasser reinhauen müssen ey. Juckt dir das überhaupt was wir machen? Mach den Scheiß fertig. Mach euer Dreck alleine. Neustarten. Oh leu, ich werd geta... oh fuck. Ja da hinten. Ich hab ein anderes Problem. Leben. Ja ich hab ja Ding gelegt. Ja wir können alle. Ich bin irgendwo getasert. Ich hab keine Ahnung wo. Ich auch okay ich bin tot. Hab ich Munition ne? Oh das ist nicht der Closer. Ab jetzt. Danke Cloaker. Achtung. Fuck ich hab keine Muni mehr lol. Danke Cloaker. Ja kein Ding. Die Cloaker sind doch sowieso die nettesten Kameraden hier. 20 Sekunden. Ich hab nur nen Taser der ne Katz. Ja auch was. Alter. Jetzt eskalieren sie langsam ey. Ja geil wir haben das. Wir haben das. Ich kann ihm sterben. Ey. Boah wir machen das jetzt. Drei. Denk dran wir müssen jetzt gleich weg. Wir haben's. Wir haben's. Ja. Schwicker weg weg. Der eskaliert jetzt. Wir haben's. Wir haben's. Loot. Achso wir müssen das alles da vorne abladen. Na gut das gut ist mit gemälden kannst du dich. Kannst du dich schnell bewegen. Alter. Drei. Wat ne geile Sache. Oho. Mega. Nice. Wie viel ist das eigentlich an Geld? 20 Sekunden im Swanson drin. Und. 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 Oh lol. Ja. An mir jump der erst mal vorbei. Noob. Aber so als. Äh. Frage. Krieg ich dann auch ein bisschen. Oh nein. Ich bin gleich tot. Ich hab keine Muni mehr. Wo willst du denn Backwind haben? Au. Au. Ich hab keine Muni mehr. Ich muss dich hier gleich durchschneifen. Ah kacke. Oh oh. Was? Ach den fucking fuck. Lass mich legen. Niemals. Okay. Okay. Ist nicht drinne. Okay. Dozer. Ich opfere mich. Komm jetzt. Komm. Wir weg mal die Tasche weiter. Komm jetzt. Achten Gas. Spinne. Ich seh sie. Du hörst sie aber auch. Bäh. Schieß auf deine Augen. Okay. Ich bin tot. Ich piss dich. Okay. Spinne ist weg. Aber was auf jetzt hier. Skill shot achievement. Easy going. Warte. Nein. Abgeprallt. Ich bin tot. Der lag. Sechs Mill am Payday. Hat bei mir gesagt Asset. Ja. Haben wir denn schon die drei Myria-Backs? Ich glaub schon Wir warten einfach mal kurz, was er noch sagt Exakt bei Soda-Band Nee, bei Soda kannst du nicht sagen So, ich mach's jetzt einfach Wo? Er hat doch gesagt Myriadic Asset Jetzt kannst du direkt das andere reinhauen Und dann können wir liegen Da ist noch die Spinne Du bist Vieh Pass ist Spinne Boah, ist das Vieh wieder nicht ey Weg ist es Ah, habt ihr's? Gut Komm, ich mach das jetzt Okay Wollte ich schon mal auf den Weg hier weg Wetten, ich treff wieder den Rand Ist das auch schumm Ey, bei meinem allerersten Try als ich dieses Achievement-Probeter mit den Skillcharts ist es bei mir auf dem Rand liegen geblieben Ah, Alexander Nice, easy So, wollen wir? Ja klar Ah, guck mal, Captain Faggert kommt uns sogar auch noch besuchen Hier kommt ja alles Was denkt ihr, was dieses Jahr beim Cloaker, äh, beim Cloaker, was kommt ihr, was dieses Jahr als Halloween-Event rankommt? Soll ich kommen? Ja, hier läuft ein Doser rum Also wenn ihr, wenn ihr es schafft, das könnt ihr noch holen Äh, da ist grad die Spinne Ja, ich liege ziemlich in der Ecke Warte Nichts ist unmöglich Ja, natürlich libst du wieder Nein Das wird nix Hier ist so viel los Lass mich liegen Ah, Mann Ah, gut, okay Jetzt müssen wir zusehen, wie der Typ in den Knast geht Weißt du, jetzt müssen wir zusehen, wie du in den Knast gehst Jetzt fühlen wir uns richtig schlecht Ja Ich brauch die Erfahrung ja nix Auch wieder, wahr Ja 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 Ja, ne halbe Stunde kann ich noch Ja Nicht schlecht Ah, aber, aber das ist cool, wenn man so mal so coole Leute bei, in random Lobbys kennenlernt Ja Ah, das ist leicht Öhö, 69 Skills Öhö Witzig Alles klar Tera Humor und so Ich überlege, ob ich mich jetzt in Famous haben, aber ich will jetzt wieder noch ein bisschen Todesmut spielen Wann kommt mein fucking Paket an? Was, was hast du dir bestellt? Neues Headset Und mein Mauspad Welches? Pornee Ich hab mir das Turtle Beach Self 450